Das ist der geilste Effekt, das ist auch dieser geilste Sound-Effekt, einfach dieses Uuuuh, 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 da war's schon wieder, Chit. So, my friends, wir gucken uns heute an, satter Hugo, hier verkauft jemand Kommentare. Ne, hier kauft jemand Kommentare. Ups, auf wen ist das denn eine Anspielung? Hm, kann ich mir jetzt aber nicht denken, ich bin mal gespannt. Ja, Bruder, Mann! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Na, nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Na, nee, na, na, na. Oh, hallo? Ey, ey, ey! Oh, ihr seht es nicht, Chit. No. Sag mal, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte mich nur kurz einmal duschen. So, was kriege ich jetzt als Zehner? Vor mir kriegt er einen Stern, ich kriege auch einen Stern, bringt mir gar nichts, Digga. Lächerlich. Gar nichts. Das ist der Pumukl, du weißt doch, wie das ist mit dir. Noch einmal Pumukl, Alter, und ich stecke dich hinten in den Mühlwagen rein. Hurra, hurra, der Pumukl ist wieder da, hurra. Der Pumukl ist da. Ah, Pumukl, der muss ja ein bisschen schneller sein. Hoppa. Und da, sie fixen. Eine Bombe kassiert Auto. Aggressive. Pula, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid geisteskrank. War nichts. So muss das Dagobert Duck gehen, Digga. Sieht einfach nichts mehr vor Geld. Mit dem Statement fahren wir. Wie random. Okay, Allotrix, we got it. You are rich. Ich hab's verstanden. Ist einfach reich. Ist okay. Hervor zum nächsten TikTok. Ah. Das passiert oft bei so Stangen. Die musst du richtig gut an der Decke befestigen. Als auch auf dem Boden. Vor allem in so Wohnungen. Und dann, ich glaube mal, weil das in Amerika ist, hat die Rehgipswende, denke ich mal. Holraumdübel braucht die Dame. Holraumdübel. Ist das so? Dein Aquarium brennt. Ach komm, ey. Warte, dein Aquarium brennt. Äh, so funny. Ja, ja, ja. Also komm, ihr seid solche... Ja, ja, ja. Ich denke, wenn du eine Nobelchair kaufen willst und sparen willst, musst du auf den Black Friday warten. So viel ich weiß, gibt es keine regelmäßigen Rabatte bei Abschluss bestätigt. Ja, ich kaufe meinen neuen Gaming-Chair auch bei Abschluss bestätigt. Und ich hoffe, dass ich dadurch einfach einen besseren Aim bekomme. I hope so. Mann, das fuckt mich ab mit der Kamera. So, ich gehe jetzt nach hier. Lasst mich in Ruhe. Ich mache einen Puba. Junge, das ist so dumm. Das ist so dumm. So, jetzt bin ich bereit zum Küssen. Komm her. Komm her, du keine Sau. Oh, ist der groß. Groß, Tansi. Keine Frau? Ich sehe eine Frau. Keine Frau? Ich sehe eine Frau. Okay. Was ist mit Tansi los? Geht's ihm gut? Yes, baby. Wow. Da ist er doch, Mann. Wo warst du denn? Herz, hi, Max. Hi. Hi. Alter, wir sind auf dem Schiff. Oben. Ist er gar nicht. Verweckst du uns gefahren? Der dachte, der dachte, Knossi dachte, das ist Tri-Max? Yes, baby. Wow. Da ist er doch, Mann. Wo warst du denn? Herz, hi, Max. Hi. Hi, Max. Alter, wir sind auf dem Schiff. Oben. Und er spielt es aber einfach mit. Er spielt es aber einfach mit. Er sagt, ja, hi, hi. Hi, ich bin Max. Hi. Moin, Leute. Tri-Max hier. Iwims. Ist ja gar nicht. Mit einem großen Applaus begrüßen wir Maximilian Kurt Alexander Stemmler, aka Tri-Max. Boah, diese Trocken, Alter. Die sind auch schon verbogen. War Tri-Max schon da, oder was? Oh, mein Gott. Toxic. Wie damals. Kanste? Ja, ja, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur European Poker Tour live aus Monaco. Gib her. Was soll das? Ja, wir gehen. Ich verstehe, wir haben Spaß. Ui. 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 Vor hinten kurz gedacht, ohne Scheiß, Robert Geis lässt sich das Event nicht entgehen, ne? Was soll das? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Sebastian Mayer. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, dass du Christoph heißt, Alter. Wilds. Wilds. All the small things, true care, true things. Oh, oh, ist jetzt los? Der ist gerade über uns. Da ist noch einer. Wo ist er? Wo fahren die alle her? Da ist noch einer. Da oben. Da oben ist er. Modern in the War. Modern in the War. Alter, mit, mit rauf. Die ist im Flug, Junge. Alter. Ey, Digga, was ist das? Der ist aufs Wasser aufgeprallt. Junge. Bro, der hat sich sowas aus dem Gulag rausgekriegt. Weiter spielen. Warum ich? Moin. Chat, das war ein Falli. Das war ein Falli, der aus dem Gulag gekommen ist. Und der wollte jetzt, der wollte Airport Halle 2 landen, weil da ist Place to be. Ich bin nur leicht erschrocken. Der roten, der roten, komm. Der Schaller. Richtig. So. Und jetzt beiseite mit dir, du Schwurz. Warum? Digga, es ist so ein undankbarer... Kann ich mitgeben. Okay, Real Talk. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Mario Kart ist irgendwie so... Das Game ist ein bisschen random, oder? Also no joke, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Glücksspiel. Weil, als ob es da wirklich auf Können ankommt. Es ist halt einfach Lack, was du für Items bekommst und so. Und es ist doch voll viel Lack, oder? Alles Skill? Ich glaube nicht, dass es Skill ist. Purer Skill? Wahrscheinlich, Chat. Wahrscheinlich. Ganz ruhig. Worauf weiten solche Verkehrszeichen hin? Das macht immer Ausschlussverfahren. So muss man da rangehen, okay? Es ist nicht die Entfernung zur Tankstelle. Und es ist nicht die Autobahn. Es ist die Nummer einer Europastraße. Nee, das ist die Autobahnnummer, oder? Wie viele Fehlerpunkte darf man haben, damit man das noch... Oder? Das war die Autobahnnummer. In der dargestellten Weise angebracht werden. Nee, dann ist das Kind tot. Darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden. Darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden? Das Gleiche. Ja, Chat, aber was soll ich sagen? Was soll ich euch sagen generell? Führerschein-Test on-Stream. Auf jeden Fall wilde Erfahrungen. Kann ich jedem nur empfehlen. Immer sehr guter Content. Sehr lustig für Chat. Für Streamer eher nicht so lustig. Ich habe einen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein, seitdem ich 17 bin. Ich habe meine theoretische Prüfung auch mit 7 Fehlerpunkten bestanden. Bei der Praxion bin ich einmal durchgefallen. Aber das war nicht meine Schuld. Mein Fahrlehrer war kein netter Mensch. Und ja, aber on-Stream hatte ich dann irgendwie 30 Fehlerpunkte oder so in der theoretischen Prüfung. Das war ein bisschen unlucky, aber das liegt halt daran, dass ich das on-Stream gemacht habe. Ja, und Chat hat mich abgelenkt. Ich mache euch als erstes die Beschreibung durch. Verkaufe Quad, den habe ich für 1000 gekauft. Ich bin eine Stunde damit gefahren, dann ist er einfach ausgegangen. Ich finde den Schlüssel nicht mehr. Das Schloss muss gewechselt werden. Wahrscheinlich ist es vielleicht einfach ausgegangen bei Sprit, maybe? Wir finden den Schlüssel nicht mehr. Ich habe einen Zap, den ich gerne nutzen würde. Kannst du dazu mal einen Entbannungsantrag stellen. Quad, joi. Achso, meinst du, der hat das geklaut oder was? Und deswegen hat er den Schlüssel nicht? Achso, ich dachte, es wäre einfach ein Lost Dude, der nicht gerafft hat, dass sein Sprit einfach leer ist und der seinen Schlüssel verlegt hat. Achso, Leute, ich habe es nicht gerafft, tut mir leid. Das andere war auch lustig. Rein aus Interesse halber schaue ich mal, warum du gebannt worden bist. Oh, den habe ich gesperrt. Huch, bist du entbannt? Ich habe geschrieben, du bist schlecht. Hallo. Fühle ich aber, fühle ich sehr. Ich habe manchmal Tage, da, ja, keine Ahnung, da banne ich Leute einfach grundlos weg. Die sind am Permaband. Ja, manchmal habe ich einfach echt schlechte Tage. Und manchmal hat Chat auch sehr schlechte Tage. Manchmal nehmt ihr euch einfach zu viel raus und dann habt ihr auch einfach mal ein Permaband so random verdient. So, würde ich nur sagen. Ich mache dann meinen Job weiter, ne? Warte kurz, ja? Und lass die Schuhe aus. Ja. Ja, was ist denn? Ich mache meinen Job weiter oder soll ich sie wieder mitnehmen? Was? Soll ich sie wieder mitnehmen? Ich telefoniere gerade, du siehst doch, dass du einen Hörer am Kopf haben. Wo schnatterst du mich von der Seite die ganze Zeit an? Meine Fresse. So, jetzt nochmal bitte. Was ist? Sag mir, dass du Lost bist, ohne mir zu sagen, dass du Lost bist. Wie kann ich meine Sachen anziehen? Schrift-Links-Klick am besten. Er trinkt vier Heilungstränke mit Full-HP. Du hast Heilungstränke gedruckt. Achso, ich dachte, die Heilung mich so über Dauer. Ich mag's, Junge. Oh, nicht. Okay. Ja, woher soll man das wissen, hä? Wenn man Minecraft nie gespielt hat, so. Ich weiß das natürlich, weil ich war mal Minecraft Main. Soon Community Minecraft Server und so. Ja, ja, Chat. Soon, Soon. Und, äh, ja, woher soll das wissen? Was für Lost? Aber nee, stimmt. Trimax spielt das ja alles. Ah, stimmt. Ah, ja. Ja, Trimax wusste das. Das hat man auch in seinem Gesicht gesehen. Aber, ähm, der spielt das alles. Der spielt seine Lostness für Klicks und so, nur um in die Videos zu kommen. Und, äh, nee, gar nicht. Nicht, um in die Videos zu kommen. Die werden ja auch bezahlt. Uwe wird ja bezahlt von Sascha und so. Um in die Videos zu kommen. Damit die in die Videos kommen. Ja, alles sehr verstrickt, wie ihr merkt, Chat. Das ist alles, ähm, alles sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Ja. Was geht, Digga? Oh, moin. Alles klar. Gibt's kein Problem, du hast. Wie, A-Spauch. Da musst du doch nicht gleich beleidigen. Was ist denn los? Wie, was ist denn los, Digga? Was machst du hier, Digga? Ja, sag mal, warum bist du denn so aggressiv drauf? Alles ist, Digga. Besser ist. Geli, Throwing Shade. Nein, ich mime nur in die ABK-Sache ein bisschen rein. Alles gut, Chat. Baby ABK. Nein. Nein. Hände hoch, Hände hoch. Was soll das, Digga? Auch ganz kurz einmal seine Tasche bitte kontrollieren. Hey. Oh. He died. Der Zuckeranfall, Digga. Ey, schön, dass ihr alles macht aus eurem Leben. Ey, weh, du fährst rüber. Oha, Peter. Das ist ein Geräusch. Einer ist nur für Döner. Einer ist nur für Gemüse. Gemüse? Gemüse, ja, moin. Was müssen sie beachten? Die Angabe zur Lachlast. Mano, mano. Lachlast. Nein. Endotrix sauer. Uh. Uh. Das ist der geilste Effekt. Das ist auch dieser geilste Soundeffekt. Einfach dieses. Uh. Alex, das geht. Also ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch immer am meisten über das Geschenk. Ihr fragt euch jetzt, warum freut sich Alex am meisten über das Geschenk? Naja. Das hat hier vier Löcher und muss an die Wand montiert werden. Und ich kann das nicht. Und das zählt als technisches Equipment. Also ist das auch nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich. Sondern in dem Zuständigbereich von Alex. Wie viele Kommentare habe ich denn unter dem Video von mir? 2.500 Kommentare. Schau mal. ABK, du hättest unsere Kanäle doch gleich runterskalieren können. Oder nicht? Oh, okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich glaube, hier kauft jemand Kommentare. 7.000 Kommentare. Was läuft denn da? Ganz klarer Fall. Ui, da war es schon wieder, Chad. Ui. Mebo, guck mal da. Oh, habe ich es geschafft? Also ich muss mal gucken, wo mein Stromanschluss ist, Digga. Ist hier eventuellerweise eine 2-Euro-Donation auf dem Boden? Oh, Buba. Nice. Nice. Good video. Good video. I enjoyed my stay. Nice one. Cool. Cool. Pushy vibe. Pushy vibe. Nein, war ein gutes Video. War sehr nice. To win. Ta stress. Chris. Ciao. Đăng ký ký come. Chris. Coo-chöl. As hi to my Bros. Chris chose lho Poker. Chris. Chris. Chris the trooper. Oh, is that here. She me viene? And here is www. Try youS. king mobil clap. imp toggle cash. Vielen Dank.